Reality Films mit den Jungs, das ist richtig geil. Man hat einfach immer Spaß und es ist für uns wirklich hier einfach ein Highlight. Also ich muss sagen, die Jungs sind von einem anderen Planet. Also guck mal, klar, man sagt immer ja, die sind anders. Aber bei denen, es fängt ja schon an, egal welche Ideen ich will, ob ich Mitarbeiter finden will, ob ich Leute mit Rückenschmerzen, ob ich Leute, die abnehmen wollen, die Ideen, die fließen. Und ich muss mich einfach um nichts kümmern. Und das Geile ist ja für mich auch, die denken ja auch immer mit. Also wirtschaftlich gesehen, Videos, Social Media, wird alles bedacht. Ich muss mir keine Sorgen machen. Es wird einfach abgeliefert und im Endeffekt ist es auch so, dass ich sage, das, was am Ende dann auch rauskommt, ist auch wirklich so, dass ich echt sage, wow. Vielen Dank.